ja leute ich bin zu gewünschen zählend anboxen von meiner Prozent X-Box 360 zu nehmen zweitens und die Geräte 3.5 die Kabel habe ich mir zu tun geholt wir sind zwei Spieler bei Prozent vor der Motspur 3 und er will ich als Donut kurz und ja, das werden wir dann, also das hat die E-Kabel ok, fangen wir an da ist dann so eine Lasche so eine Klebebandlasche die schneiden wir mit einer Messer durch so zum Beispiel und dann das machen wir so und das hat dann dreht man das um das macht so und dann sollte das eigentlich das ist so, ach, so und das steht Jump in schauen wir mal so ja dann steht da wieder der Flyer startiert auf um keine Ahnung und das heißt und das ist auch das wieder Ländisch das ist Porto Porto und jetzt da steht ein in der Sprache dann steht da wie man den Controller einschalten sucht da dann dann wieder ein Spokes live ein Flyer dann steht das dann so da dann haben wir noch start here hier starten dann schauen wir mal rein dann steht da Prozent der Sport die Frauen wenn man die Tee rein tut dann für die Kontrolle und so das ist alles nicht nur noch und ich suche das heißt das heißt Flyer die die hier das gute Stück das habe ich sie nicht gewartet und ich habe es nicht gewohnt hier dann ist das nur die Krux mit ihren Schaumstoff die Hände die Stammstück die Stimmung dann auf der anderen Seite ich will die Kiechen das ist richtig wichtig zu zeigen oder komisch getrennt steckte ich jetzt ich bin mit uns das ist der Welt noch ein Sticker das ist die die Schöne Xbox also ich ich bin ich habe noch kein Xbox ist meine erste ja also ich habe gehört dass das ist die Tatspartner dann habe ich gehört das kann ich wollen die 4 zwei USP Stecker da ist für die CD das ist noch ein Aufkleber ich bin man sieht schon 6 jeder sagt so viele sie sich gar nicht hier das machte gewinnt ja auch die Xbox von der Seite die 5 6 Kurs mit der Lüftung zu bestätigen Xbox das ist und so ich weiß nicht was ist und ich bin noch komisch fühlt man sich jetzt an so ein bisschen mit den vierten Lüfter und dann hier liebt Prozent und und da ist die 2 50 Kilowatt festplatte und für den Stück Kiel nicht dann kommen wir zu tun und dann ist er auch im Katon ist so ein sehr dickes Handbuch wir werden vielleicht durchliegen man weiß nicht da ist hier ein Spiel um ein Spiel Foto Motorsport 3 und Ellenbäck, Double Pack, dann 3, 2. Das werde ich einen separaten Video unboxen. So, dann haben wir hier den Controller. Da ist so und kleben. Die Band drauf. So, die sich selbst schneiden. So, dann geht es auf. Oh mein Gott, ich bin nicht von der Schild. Ich bin hier noch Batterien dabei. Die sind von... D. Punkt. Punkt. D. Punkt. Diese Marken, den sie... Das vielleicht kann man nicht schlecht, aber ich kann da... Ich würde gerne einen Eifenfilm, nur dann dauert es so lange mit dem Hochland und so. Das sind quasi... Das ist in der Controller. Also, ich habe gehört, dass ich... Das ist sehr... Knöpfeindet haben, die Wand für so... Wie soll ich sagen? Ja, anders. Dann... Der, die soll sich verändert haben. Und sonst was jetzt nicht. Also, ich finde ihn jetzt echt schön. Früh, also eigentlich sehr ganz gleich geblieben, dass ich dann noch schießt auch. Ich bin ganz schwarz. Ich bin ganz schwarz. Okay. Das ist für dumme. Da ist zum Pfeil. Das zeigt, dass er da angeht. Also, habe ich auch gewusst, obwohl ich noch kein X-Bus hatte. Das macht ja nichts. Also... Da, für die Batterien... Lege ich die jetzt noch vor drei. Okay. Da drückt man wahrscheinlich da und das geht natürlich auf. Da drückt man da. Dann werde ich noch herausfinden. Dann werde ich noch herausfinden. Kann ich jetzt 20 Wochen denn. Aber... Okay, was wir noch sehen? Dann... Dann... Dann drückt man da. Dann werde ich noch herausfinden. Kann ich jetzt 20 Wochen denn... Dann... Dann noch eine Gebrochanweitung. Dann... Dann in mehreren Sprachen. Dann... Das ist dann noch drin. Dann das hier liegt schon. Dann... Dann ist das... Netzteil. Also ein Stück zum Netzteil. Dann... Das ist noch drin. Dann ist das hier vorliegst, dann... das ist die Stücke und das Netzteil deutlich auch verändert haben ja mein Gott zu jetzt und dann ist mit dem Grund nun ist für die Grösse der Zelle und nicht das soll ich auch verändert haben die Großwahl dann vorher es ist auch wie ich das letzte Zeitlich Malte alle von vier zu vergleichen das ist ein Fünftiges der Freizeit und ist es ist ungefähr so breit wird es ist sie ist in der Nähe wo das ein Fünder um doch ein und hier so genau da rein die Tiefel ist was ist ganz einfach hier und sonst wird nur los ja das ist es nicht aber dann ist es wahrscheinlich noch das ist noch schön das war auch Kabel und das hat sich nicht braucht wenn ich hab ein Alie Köln gekauft wie es in der Nähe und sie haben Verlösen und Dr er verkauft wenn wir sie und abkaufen will verkauft in den geben in die Bote verkauft das Schussbruch sind schon verdient und wie das ist noch nicht 6 hier und hier kommt noch mal zu viel Fock die Linke sich hat die Frau das ist die Erfolge von oben das ist der Lüchter alles schon und da ist die die Festplatte sind das ist ein Bier das ist die Festplatte, ich zieh da lieber nicht dran das ist die Festplatte, ging recht leicht, muss halt ein bisschen fest dran ziehen wenn man da dran zieht, dann geht das dann so runter also das ist die Festplatte, 250 GB, da steht Xbox 250 GB steht da noch drauf die lege ich jetzt wieder rein ich zieh den ich sag das ich dir nicht was gemacht habe ich hoffe nicht das ist die von unten das ist die von der Seite, also Fingerdrücke den schon recht viel drauf ich zieh das von oben und da noch, da man Seite mit ihm Dödinger und da noch also war ja genau vor hinten ja, ich wollte es noch zeigen vor hinten was die alles für Anschluss sind, genau da ist der Netzanschluss, der optische Ausgang ich weiß nicht ich weiß nicht wenn wenn das jemand wisst, vielleicht bitte in die Kommentare schreiben dann da das HDMI HDMI Ausgang dann hier der für das eine Kabel zu kaufen möchte der Anschluss dann da das LAN-Kabel und dann dafür Kinect